Wir demonstrieren heute hier am 8. März im Internationalen Frauentag für die Rechte von Flüchtlingsfrauen. Wir demonstrieren heute auf dem Weg für die Frauen, die das Recht haben. Wir demonstrieren heute hier am 8. März. Wir demonstrieren heute hier am 8. März im Internationalen Frauentag für die Rechte von Flüchtlingsfrauen. Wir demonstrieren heute hier am 8. März im Internationalen Frauentag für die Rechte von Flüchtlingsfrauen. Wir fordern alle Lager abschaffen. Und wir sagen alle Lager zu beclose. Und wir sagen alle Lager zu beclose. Und wir sagen Lager. Und wir sagen Lager. 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 Wir sind hier und wir werden kämpfen.